Graham, der Branchensprecher und ein absoluter Outdoor-Enthusi... Oh, und er zeigt auch sehr viel Enthusiasmus für einen Ausbau deines Busunternehmens in Angels Shores. Ich habe ein schönes Wandergebiet auf Gold Island gefunden und dachte, dass es toll wäre, wenn auch andere in den Genuss dieser Gegend kämen. Und damit es ein schönes Wandergebiet bleibt, hatte ich die Idee, dort Erdgasbusse einzusetzen. Die sind umweltfreundlicher. Erdgasbusse, was für Dinger, darf ich einsetzen? Naja, damit erstmal hallo und rechts hat sich willkommen wieder zurück zu Bussimulator 2021, weiter geht's. Wir machen Scheibenwische an und dann fahren wir die Strecke nochmal. Und ja, wie ihr seht, oben rechts habe ich die Hauptmission, die wir hatten. Und zwar sollten wir, ja weiß ich da, sollten wir die West Oakwood und Highlander Park auf Stufe 2 bringen. Ja, das habe ich übrigens gemacht. Wenn da jetzt Fragen sind oder ähnliches, wie man das machen kann. Ihr müsst einfach die jeweilige Ortsstrecke, hier wo die eingebunden sind, West Oakwood seht ihr hier, das ist eingebunden. Die Haltestellen müsst ihr einfach abfahren. Also mit dem Routenplan, ich habe jetzt eine neue Route erstellt gehabt. Seht ihr hier, Route 6, das ist für oben. Und Route 5 ist hier, da habe ich alle einfach mitgenommen. Alle Haltestellen, die im West Oakwood drin sind, hier. Fahrt ihr einfach 2, 3 Mal. Diese Haltestellen werden dann immer weiter aufgewertet. Nicht von alleine, das müsst ihr selbst machen. Sondern durch das Fahren habt ihr die Möglichkeit, die aufzuwerten. Hier, Haltestellenstufe. Ihr müsst entweder alle auf Stufe 2 bringen. Dann erhöht sich das Level von West Oakwood automatisch auf Level 2. Oder ihr macht zum Beispiel eine auf 4, eine auf 3 und mehrere auf 2. Dann wird es auch automatisch auf 2 gesetzt oder auf 3, je nachdem. So, so funktionierte das. Ich musste auch ein bisschen friemeln, bis ich das rausbekommen habe. Aber letztendlich hat das ganz gut geklappt. Wie gesagt, 2 Routen habe ich neu erstellt. Mit der Route, die ich vorher hatte, die vorgegebenen, hat das leider nicht so richtig funktioniert. Wahrscheinlich hätte das. Dann hätten wir aber mehrere, die Busseitestellen, die vorher schon angeknüpft waren. Das ist hier, wie wir sehen, diese Route zum einen. Das sind, glaube ich, zwei Stück angeknüpft. Die hätten wir mindestens auf 4, 5 oder so bringen müssen. Oder 4, 4, mehr geht nicht, glaube ich. 4. Und ich glaube, das hätte trotzdem nicht gereicht. Erstellt euch selbst noch mal eine Strecke. Und dann nehmt ihr alle einfach mit. Und dann kriegt ihr die auch auf 4. Ihr könnt die einfach anklicken. Hier, die ist jetzt 3 von 3. Kann man noch einmal erhöhen. Hier 2 von 2. Wir fahren die Strecke jetzt nochmal ab. Guck mal, 5 von 5 geht dann doch höher. Ich würde die Strecke jetzt mit euch abfahren. Bevor wir dann die Hauptquest machen. Ich glaube, diese Hauptquests machen wir dann. Wir binden Gold Island mit Gold Island Tourist Center. Mit mindestens einer Route. Ja, aber wir fahren die jetzt mal. Übrigens, je mehr ihr die Strecke fahrt, desto mehr Effizienz haben eure NPCs später. Diese Strecke hier fährt jetzt mit 90%. Also die NPCs würden die Strecke jetzt mit 90% fahren. Okay. Wir fahren die Strecke jetzt einfach nochmal. Dann seht ihr die auch, die ich hier erstellt habe. So. Jo, moin. Ich fährt auch schon ein anderer Bus. Sehr viel. Gut, dann knüppeln wir die Strecke jetzt einmal runter. Ja. Ja, ich habe aktuell erstellt in der Hauptzeit. Es gibt auch noch Nebenzeiten, die ihr erstellen könnt. Die Haltestelle ist übrigens auch noch nicht unsere. Das ist die 5. Das seht ihr unten links. Wir müssen aber auf die 1. Wir haben schon Verspätung ohne Ende. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen bewegen. So ein kleines bisschen beleuchten. So. So. Das verstehe ich nicht. Welcher normale Mensch steht denn in der Tür rum? Blöd. Und bleibt da einfach auch stehen. Also ich verstehe es nicht. Also das Stückchen hätten wir ja auch laufen können, oder? Meinen wir nur. Nehmen wir nur noch falsch spät ran. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, aber dann auch schnell hier. Wachenkarte. Eine, bitte. Und eine Euro, bitte. Ja. Bisschen Zeit haben wir schon wieder reingeholt. Ja, 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 keine Zeit. Der ist total verwirrt, der Autofahrer. Wäre ich aber auch. Oh, da waren wir zweit. Hi. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Äh, ja, Student, Tage, eine. Waaat? Danke. Ja, bitte. So, nur aber schnell jetzt. Ja, Transit. Ich habe nicht genug Geld dabei, um meine Fahrkarte zu kaufen. Vielleicht werde ich nicht kontrollieren. Waaas? Na klar, hier ist sie. Oh, äh. Ja, Oma. Hier ist die Fahrkarte. Ja, das ist schön mit deiner Mietskatze. Brauche ich nicht. Danke. Das ist die Lieblings-PC-Taste der Stadtreinigung. Die Leertaste. Wow. Äh, ja. Der war wirklich gut. Ja, Problem hier. Ich habe einfach das Problem. Das ich den Rollstuhlfahrer leider nicht mitnehmen kann, weil meine Rampe hier nie ausfährt. Ich habe keine Ahnung warum. Jo. Der wird immer blockiert bei mir. Immer. Das ist völlig irrelevant. Immer noch. Das funktioniert leider einfach nicht. Ich kann den Rollstuhlfahrer beim besten Willen nicht mitnehmen. Ja, tut mir leid. Ich habe immer das Problem irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wer von all directions der süßeste ist. Keine Ahnung. Frag doch mal. Können sie wahrscheinlich beide sagen. Ja, ich bin die Art der Andere. Ich bin voll süß. Schnuppelig. Alles. So, das hier ist der besagte Boiler von Konki. Den kriegt er nie hin. Ah, das ist meine Haltestelle. Jo, das ist schön. Da halten wir jetzt auf. So, guck mal, wir sind wieder in der Zeit. Wir sind wieder in der Zeit. In der Zeit. Guck mal, das Bus. Den wollen wir aber nicht. So, dann seht ihr dann auch oben stehen. Bus-Haltestelle kann ausgebaut werden. Daran merkt ihr das. Okay, dann könnt ihr die. Dann könnt ihr die aufwerten. Innenkarten-Mini macht ihr das dann ganz normal. Senioren-Einfache-Blob. Drei. Bitte. So, direkt weiter. Ich bin wieder spät dran. So, dann einmal hier rum. Wir bleiben auf der linken Spur, damit wir hier gleich längs einmal runter können. Ach, die fünf. Ne, den müssen wir gar nicht. Der wie immer unten links. Wir müssen zur sieben. Okay. 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 Den schlafenden Gast muss man gleich aufwecken. Jo. So, Zahltag. Ja, mehr grün als rot, so soll es sein. Oh. Kriegen wir wo einiges an Geld? 67.000. Knapp fünf Sterne. Nice. Hier ist die Fahrtkarte. Und hier ist dein Foto deiner Katze. Okay. Und Schwarzfahrer. 120 Ocken. Alter, das ist ganz schön teuer. So. Oma, schneller. Keine Zeit. Es wird Avenue. Ja, ich weiß. Okay, Rollstuhlfahrer, wie ich so sehe. Ich weiß, dass die Frische der Eier entscheiden. Ich weiß, dass die Frische der Eier entscheiden. Je frischer die Eier, desto besser der Kuchen. Die perfekte Kuchen, früffig, wie eine Wolke. Hören Sie mir überhaupt zu? Nein. Das müsste die Letzte sein auch. Endstation. Bitte alle aussteigen. Bisschen, uh, bisschen komisch geworden. Ja, Moment. Bin doch nicht mal da. Ich gucke gerne Drone Swarm und spiele gerne Spring of Affection. Nein. So. Sollten eigentlich alle rauskönnen. So, NPC-Fahrer fahren die Route mit 90% Effizienz. Das ist echt gut. Gut. Haben wir das. Dann gucken wir mal, ob wir am besten mal aussteigen können. Aber ich bleibe mal im Bus kurz. Und dann gebe ich mal ab. Dann soll der Nächste die Route fahren. Und wir gucken uns mal jetzt die Quest eben noch an. Ich genieße die Fahrt, danke. Also, auf der ersten Übersicht seht ihr ja auch, wenn ihr hier oben so hier drauf haltet, seht ihr die Haltestellen, wie die ausgebaut sind. Ich habe fast alle auf zwei oder drei. Und eine habe ich nur auf eins von eins. Weil die nicht, weil ich die nicht mit inbegriffen habe. Also sprich nicht hier in der blauen Route mit drin. Das heißt, sie wird gar nicht so oft abgefahren. Nur hier mit der lilaen Route. Okay, ich kümmere mich drum. So. Ich mache etwas zu den Ausrufezeichen, die ihr manchmal hier seht. Und einfach hier drauf halten. Dann seht ihr die Anfrage links. Nimm 25 Fahrgäste im Stadtteil Highlander Park auf. Wenn du das schaffst, kriegst du einen Rap-Piano. Als Belohnung. Ja. So, was ist das? Die Ausrufezeichen seht ihr übrigens auch manchmal hier. Über den Haltestellen oder so. So. Verbinde Gold Island und Gold Island Tourist Center. Wo ist denn jetzt Gold Island? Acht, du heilige Maria. Hier unten. Gold Island. Verbinde Gold Island und Gold Island Tourist Center. Tourist Center, das ist das. Okay. 15 Gäste von. 15 Gäste von nach Gold Island Tourist Center. Baufe einen neuen Bus mit Erdgasantrieb. Okay. Gold Island. Dann machen wir Route erstellen. Die sind alle in der Hauptzeit. Also am Tage. Okay. Dann verbinden wir die einfach alle hier. Und fast sagen, dass ich das einmal so mache. Okay. Dann fährt er. Ähm. Ich nehme die noch mal raus. Ich nehme die lieber so. Müsste er doch dann da runterfahren. Genau so. 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 Und so. Okay. Dann haben wir die alle drinnen. die alle drinnen. Ach so. Moment. Eingehende und ausgehende. Was soll ich machen? Eingehend, ausgehend. Moment. Route 7 war das. Ja, gut. Dann müssen wir. Das sind die. Dann müsste das hinhauen, oder? Die Route generiert keine Nachfrage. Bitte füge mindestens eine eingehende und eine ausgehende Bushaltestelle hinzu. Habe ich doch jetzt sauber gemacht. Ich sehe ja irgendwie nicht ganz. Ich sehe ja irgendwie nicht ganz. Das Crowe nehmen wir mit. Altes Silo. Oh. kein plan was er damit meint mit diesen generieren stehe ich irgendwie nicht so ganz da ich nehme jetzt noch mal weg also wir fahren jetzt zum beispiel von hier nach hier aber die ist auch total doof dass die eingehende dann fahren wir hier 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 waren dann zurück ein plan ist egal wir fahren die erst mal wieso fährt er von hier oben ja warte mal das will ich auch nicht das ist auch merkwürdig moment ganz schön twiggy mit dem blöden bote stein rum fährt er da jetzt da oben rum verbinde gold island und gold island service center das hatten wir ja geschafft ganz egal ob das jetzt eingehend oder ausgehend oder nicht oder so so wir fahren hier lang nehmen die mit dann wollte ich aber hier lang aber dann nimmt er die nur wieder raus das ist ja unglaublich so jaja irgendwann check ich das auch noch mit dem ein und ausgehend da haben wir aber alle busseite stellen drin was ich nicht so ganz checke wo worüber kann ich denn bus kaufen ich kann ja hier nur einen weiteren kaufen also das heißt der gleiche bus wie ich hier schon stehen habe das will ich ja nicht will auch mal den anderen einen komplett anderen kaufen wie komme ich denn da hin wieder einen bus ja die sind aber alle schon für die routen vergeben ich würde ja gerne wahrscheinlich haben die gemeint ich müsste hier weil sonst bin ich ja nur noch in dem ort das ist ja auch ein bisschen creepy müsste hier zumindest noch eine verbinden aber vielleicht klappt das ja ja entschuldigung aber wir müssen ja gucken wenn ich jetzt wie dann habe ich hier den kohl von dort aus hier hin von mir aus wenn wir den auch noch mitnehmen hier fahren wir dann so zurück ja genau automatischen bus ja so jetzt würde ich gerne einfach mal in so einen kacke laden rein hier aber ob ich nicht wie komme ich denn in so muss auf straße zurück setzen kann ich hier nicht eben nur so einen blöden links kaufen lass mich mal da haben wir das nicht mal raus danke mach ich ja sonst dir nie weiß der hier bus ist das auch nur die garage oder eine fährt jetzt auf gute sieben also irgendjemand kann mir das ja mal erzählen wie hier busse kaufe jetzt laufe ich jetzt gar nichts mehr mache mal gucken was ich davor praktiziert habe ich war selbst danke ja gucken wir mal das andere wie gesagt da komme ich auf jeden fall noch raus hoffe ich ich denke ich brauche mal wir haben alle verkarten einfache fahrt drei bitte okay ja die hat jetzt gerade mal eine effizienz von 48 prozent die strecke und das ist natürlich schlecht und die muss man dann eben abfahren und dann ja ich glaube ich bin bei rot rüber gefahren wir müssen jetzt kurz halten hier mache ich eine aufnahmepause und die aufnahme folgenpause aber wir sehen uns in der nächsten folge wieder vielen vielen dank fürs zuschauen und bis dahin